Wenn da gar keine Luft mehr in der Stimme neben der Lunge ist, dann fängt man das Sprechen an. Noch ein bisschen Fränkisch straft, dann funktioniert es schon. Ist aber, ist auf Dauer sehr schmerzhaft für die Vizielle, weil es einfach relativ krank ist, so zu reden. Aber er hat damit eine halbe, oder eine ganze nicht, aber er wollte jetzt weiterkommen, aber doch noch nicht so viel Karriere gemacht. Er hat eine Sechstel-Legislaturperiode da.